Das geht doch nicht. Nein, warum save ich denn hier? Ich hab gemerkt, dass man hier schön bei der Kante springt, aber das klappt doch nicht. Autsch. Wum, das sieht den jetzt los. Ich bin jetzt sehr gut an einer Stelle. Ich bin so ein richtiger Held in der Dschungelwelt. Ja, findest du. Saved? Ja, falsch gesaved. Man, du Ferkel, du sollst doch hoch springen. Aber das klappt also nicht, oder wie? Nee. Ehrlich? Ich guck, wenn wir hier fertig sind nochmal kurz bei Stephanie in die Aufnahmen wie er das gemacht hat. Ich werde das aber nur sehen. Ich kack gleich in die Lava rein. Dann kack doch in die Lava rein. Die verdampft doch ganz schnell. Nein, meine scheiße Stahlkacka. Ich mach Stahl-AA. Stahl-AA? Ja. Eines auf dieses Spiel. Ey, wenn man Leute leiden sehen will, ne, dann gibt man denen das einfach als Aufgabe. gesundheit da hat er sich nicht nein denn es auf gar keinen fall ich sage auf gar keinen fall übersteuert ich glaube ich mache mir eine pizza einer zeit also nicht ich bleibe einfach hier stehen drück auf pause was denn die max ersche bis nach kann ich den topados abfüllen du bist von der karte und die honda stinkt bis zur links ja auch also ich kann auch noch mal eines der ersten level spielen das würde ich glaube ich zehnmal spielen als das jetzt gerade also über die flammen zu springen jetzt springen wir gegen die blocken ist ja ja ich bin noch daneben ich zeige das spiel gleich blind augen zu und dass das spiel nicht in diesen sekunden fünf minuten länger läuft behindert ich würde das erschaffen aber ich bringe mal gegen die wand rechts weil das spiel noch nicht so viel geladen hat und dass es sich auch nicht mehr und mach ein anderes level komm auf das level komm auf das level ich bin ja so ich bin ja sonst durch ach ja boah ich krieg nen anfall hier ich bin ja was ich bin ja das erste level auch noch mal Für diesen scheiß Raketen Das war das Ach ja Aua Warte mal, da muss ich die Ladetaste woanders hinsetzen jetzt Fuck, wie war denn das? Ich hab voll vergessen wie das ging F2 Natürlich das Dreckslevel mach ich jetzt, ist klar Heee Wie machst du nochmal? Keine Ahnung ne Was? Fuck Ich hab, ah ich hab's geschafft So wird's kommen Ja jetzt hört man deine Tasten an Haha Wenn ich die grad so durchdrücke ne Ja, ich merke Ah, ich glaub ich muss mal eben Ehh 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 Abstützen C'mon Fuck Wee Huuuuh Wuiiii bstöz Fjk Ei geschafft Ja Das darfst doch hes Ja äh, ich muss wieder laden. So, falsch gesaved? Hm. Wow, du sollst springen und ich bin ab und rein. Mario. Kleine Mistgeburt! Ist auch so ein kleiner Scheißer. Ah. Ach, fick dich. Warum? Fuck. Ja, ist klar. Ich bin zu blöd. Ich bin sowas von blöd. Ach, fick dich doch. Selbst das kann ich nicht mehr. Ach man, ich spring immer da drüber. Mario, du stinkst nach Fisch. Dum 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 dum. Mario, stink nach Fisch. Lalalalalala. Wie soll auf diesen Scheiß Ananasblock da oben landen? Ananasblock. Toller Ananasblock. Der am Anfang der ist, dann kann ich ja mal schön in Ruhe saven. Ich sag ja. Toller Ananasblock. Wiii. Wiii. Nein. Fuck. Boing. 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 Nein. Nein. Oh, fick dich doch. Wie. 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 Fuck. Geschafft. Bin drüben. Fuck. nein lauf runter ist klar ich hoffe auch noch runter könnte diese scheiß raketen markt kommen hier in den arsch natürlich fliege ich springe über koopa rüber ja ja ist klar Ja, du mich auch. Du sollst auch stehen bleiben, Mario. Ach fuck, wieso lade ich denn jetzt? Ich hab's nicht geschafft und dann lade ich. Fuck. Idiot. Ja, aus irgendeinem Grund hab ich falsch gedrückt. So, weitergekommen nochmal. Och nö. Das hab ich hier. Ach, fick nicht. Ich springe jetzt in meine Pflanze rein. Irgendwo her kenne ich das. Du weißt, Aufnahme ist ja nicht, ne? Ja. Dann würden wir sagen, beenden wir hier das Projekt. Weil wir es eh nicht mehr schaffen. Und bis zum, ja, irgendein neuen Projekt. Wahrscheinlich Hazel Mario World 2. Mit dem Flash zusammen. Mit Zintus. Tschüss. Bye.